Heute ist doch ein wunderschöner, sonniger Tag. Leider etwas kalt. Was ist da besser, eine kuschelige, warme Decke zu haben? Und vor allem, wenn sie mit einem meiner Bilder bedruckt ist. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen Video von mir. Ich bin Johannes Börl, gehe seit einigen Jahren meiner Kunst verstärkt nach. Und heute ist doch ein wunderschöner, sonniger Tag. Leider etwas kalt. Was ist da besser, eine kuschelige, warme Decke zu haben? Und vor allem, wenn sie mit einem meiner Bilder bedruckt ist. Ich habe vor Jahren ein Bild gemalt, umhüllt von der Liebe Gottes. Und wie schön, wenn einem das vor Augen gemalt werden kann mit einem Bild, das Gott uns liebt, das wir eingehüllt, umhüllt von deiner Liebe sind. Aber noch besser, wenn es auf einer Decke ist, wo wir uns dann tatsächlich einhöhlen können und es vor Augen haben, dass wir eingehüllt sind, umhüllt sind von deiner Liebe Gottes. Wunderbar. So, wenn ihr so eine Decke haben wollt, dann kommt doch gerne auf mich zu und würde mich freuen, wenn ihr so eine bestellt. Jesus Christus, Jesus Christus, keine Wissenschaft, kann ich erklären. Jesus Christus, Jesus Christus, kein Theologe, nicht wirklich verstehen. Du bist größer als der Verstand. Du bist heftiger als Worte es sagen können. Bist du heilig, bist du heilig. Wenn euch das Video gefallen hat, gezwert euch bitte ein Like, kommentiert, kommentiert, kommentiert und teilt das Video gerne. Folgt meinem Kanal. Und was mich ganz besonders freuen würde, wenn ihr natürlich auch meinen anderen Kanälen folgt. Instagram, Facebook und auch meine Homepage besucht. Und natürlich gerne auch in meinem Shop stöpert. und schaut euch mal wieder rein beim nächsten Video. Vielen Dank. Bis denn. Schönen Tag. Jesus Christus, Jesus Christus, keine Wissenschaft, kann ich erklären. Jesus Christus, Jesus Christus, kein Theologe, nicht wirklich verstehen. Du bist größer als der Verstand. Du bist heftiger als Worte es sagen können. Du bist so heilig, es ist auf mir der Atem. Und trotzdem bist du uns so nah. Jesus Christus, Jesus Christus, keine Werke, kann ausdrücken, wie du bist. Jesus Christus, Jesus Christus, kein Philosoph, nicht mehr, was du willst. Du bist so heilig, ja, jetzt hast du die Versung. Du bist der, weil das Gefühl wir es entfinden können. Du bist weis und voll Liebe, es übersteigt alles und du bist vor ein ZDF-krieg, es übersteht alles und Vielen Dank.